Willkommen Leute zu einer weiteren Folge Minicraft Attack, heute mit MartinStorms. Hi! Ich werde heute mal ein Geheimversteck weiter wollen. Ja. Ein tolles Geheimversteck, was mir jemanden interessiert. Und an der Mauer. Wie so hässlich. Okay. So, Moment. Ja, also mit dem Geheimversteck, da müssen wir mal gucken. Da kann ich ja auch mal mithelfen später. Wenn ich dann genug Zeug hab, endlich mal. So, ich hab übrigens Fichten gefunden. Vielleicht kann ich die dann mitnehmen aufm Rückweg. Oh, nice. So, so. So. Okay. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg zu dem Geheimversteck. Und dann werde ich natürlich wie immer einen kleinen Cut setzen. Ah, ja. Äh, muss ich dann auch machen. Ja, ich weiß, es soll niemanden sehen. Da gehe ich dann zwischen den Folgen irgendwann mal hin, wenn ich da noch weiterbauen will. Wenn ich den Weg finde. Ja, der Weg ist eigentlich relativ einfach, wenn man es schon mal gemacht hat. Ach so. Hier sind Schweine immer noch. Und das war knapp und ich bin immer noch viel zu hoch. Oh, schade. Schade. So, ich hoffe, ich finde hier noch was cooles. Und da ist ein Brenner. Da ist ein Brenner. Oh, Riesenfeier. Okay. Und dann mache ich jetzt ganz weiter. Ich gehe erstmal hier unter dem Wasser lang. So, jetzt bin ich wieder beim Geheimversteck. Das ging schnell. Aha. Und ich würde sagen, wir gehen direkt weiter am Rand. Ich habe übrigens ganz viel Holz, falls du Holz brauchst. Normales Holz oder auch Birkenholz und sowas? Eichenholz. Ach so. Ja, das habe ich nicht. Ja, ähm. Vielleicht nicht. Ja, ich werde mal gucken, dass ich auch andere Holzsorten rankriege. Bisschen Tropenholz und sowas vielleicht auch. Ja, Tropenholz wäre cool. Oder Schwarzeichen, das wäre das Beste. Schwarzeichenholz habe ich, glaube ich, so ein bisschen. Aber nur einen Setzling leider. Das ist blöde. Ach so. Ja, stimmt. Den habe ich schon gesehen. Mhm. So. Ah, gibt es ja noch was? Ich weiß es gar nicht. Irgendwie sieht es ja gerade alles sehr leer aus. Aber ich habe gemerkt, das sind neue Chunks, die generiert wurden. Das heißt, hier muss es noch was geben. Mhm. So. Ich war... In der letzten Folge von mir war ich mal... ...habe ich mal alles gezeigt, so in der Stadt. Und da war ich in deinem Haus und war ganz fasziniert von den Kisten, die du da hingekriegt hast. Ach so. Na, ich hatte in der Mitte einfach Redstone-Truhen. Ne. Ähm. Ich meine die, die in der Wand stehen so. Ach so, die. Ähm. Ja, die. Ja, das war mit einer Treppe. Genau. Da wollte ich für so einen verblüffenden Effekt sorgen. Wenn man da reingeht. So. Mich hat es eher gewundert, dass man die öffnen konnte. Ja, naja, eben. Okay. Okay. Langland ist ja schon mal ein bisschen schöner, ne? Hier. Ah, ich habe jetzt eigentlich, finde ich momentan, bin ich der Stärkste von unserer Insel. Bogen mit Unendlichkeit, Haltbarkeit, Dreiflamme und Stärke 5. Hm. Na, die anderen sind ja eh nie online irgendwie. Ah. Na, okay. Das ist bei der Stadt von Sujin aber auch so. Ja. Ich weiß gar nicht, wer ist denn noch bei uns? Max Marthor und Glavenus, oder? Ne, Glavenus, der war im Gegen. Ach so. Bei uns ist noch Lukas. Ach ja, stimmt. Na gut, der ist ja sowieso ewig schon weg. Ja, das, ne, der hat so einen Ferienjob. Hm, na, deswegen. Deswegen, der Arm muss immer den ganzen Tag auf kleine Kinder aufpassen. Hm. So. Ach du Scheiße. Ähm. Scheiß Skelett hier, ey. Meine Rüstung reicht nicht dafür. Deswegen bin ich auch froh über meinen, deswegen bin ich auch froh über meinen Bogen. Jetzt sind Skelette nicht mehr das Problem bei mir. Hm. Na, aber hier, das war so ganz nah an mir dran. Das musste ich jetzt irgendwie mit nem Schwert machen. Ich hab noch, ähm, ein Diamantschwert mit Bann 4. Wo könntest du das gebrauchen? Hm, ja, vielleicht. Ich hab zur Zeit gar keine... Also ich hab zwei Stücke. Könntest du daraus... Könntest du daraus Band 5 machen. Ach so. Na, ich hab zur Zeit gar kein Schwert. Da könnte ich das schon mal gebrauchen, ne? Weil ich hab nur eins aus Eisen halt. Ja, ich hab. Ich hab irgendwie gar keine Diamanten, weil du die mir alle geklaut hast. Hm. Vor der Nase weg. Ich kann dir welche... Ja, ich kann dir welche geben. Wenn du sorgst. Okay. Oder einmal hast du ja ne Chestplate gecraftet oder irgendwer anders. Aus meinen 8 Diamanten ich gefunden hab. Ich. Ja. Aber die hab ich noch... Ne, aus deinem war das nicht. Das war mein. Aber okay, äh, ja. So, jetzt ist hier alles schön hoch. Ja, fast. So, muss da noch. Dann, dann. Wir könnten auch einen Ofenraum bauen, ne? Dann ist der Ofen hier nicht so... Hm. Das wär nice. Na, ich hab schon so ne Ofenwand bei mir im Haus. Mach ich immer. Ja. Ich mein halt im Geheimversteck. Ach so. Ja, stimmt. Da war nur ein einziger. Das ist ein bisschen wenig. Ach, du warst schon im Geheimversteck? Ja, stimmt. Ja, du hast mich ja mal teleportiert. Und dann bin ich irgendwie wieder raus. Aber ich hab mir den Weg nicht genau gemerkt. Ja, der Weg ist an... Nicht so... Also... Schwer zu erklären. Die Folgen kann man ja auch nur spielen. Hm. Mit Elytra. So, aber ich krieg relativ wenig Kohle hier immer. Ich hätt mal gern so irgendwie ein richtig großes Vorkommen. Äh, wenn du Kohle brauchst... Also wenn du Kohle fahren gehst, kannst du mir einfach Bescheid sagen. Ich hab ne... Auch ne ziemlich gute Spitzhacke, sag ich mal so. Ach so. Hm. Na, ich hab noch gar nichts so in der Richtung. 3. Hast du schon, äh... 3 Haltbarkeit, 3 Effizienz 5. Okay. Nice. Schwert, Haltbarkeit 3, Schärfe 3, Verbrennung 2. Ähm, hast du auch schon nen kompletten Zaubertisch? Da könnte ich ja schon mal eine verzaubern von mir. Äh, Zaubertisch? Klar, Level 30. Oh, nice. Ja, hab ich was. Das hätte ich mal machen. Da musst du in die Eisentür gehen. Da müsst du durch die Eisentür gehen. Da. Ja. Wo das Lager führt. Na, ich bin halt gerade weiter weg. Ich bleib jetzt erst mal hier. Aber so. So, weil da könnte ich auch ne Eisenspitzhacke verzaubern zur Not. Äh, hält ja wahrscheinlich dann trotzdem ziemlich lange. Ja. Ja. Ich würde ne Diasenspitzhacke nehmen. Wenn du dann irgendwas richtig gutes auf Level 30 rausbekommen hast. Ja, ich hab halt keine Dias. Weil zum Beispiel den Bogen, den hab ich halt, der hab ich nur einmal Level 30 Haltbarkeit 3, Flamme und Stärke 4. Hm. Und einmal Level 30. Aber man kann richtig Glück haben, aber auch richtig so. Oh, scheiße. Oh man, fast hätte ich's geschafft. Ich wollte jetzt mit einer Elytra an den Berg fliegen und unter mir einen Block setzen. Ah, hat nicht ganz geklappt. So. Da muss ich mich hochstecken. Brauchst du eigentlich Name-Tags? Ähm, ne. Nicht unbedingt. So Name-Tags überhaupt. Nicht unbedingt. Ich hab drei Stück, weil ich hab jetzt. Quats, Name-Tag, auch vier Stück schon. Oh, ok. Wo sind die Kisten? Guck. Da sind die Kisten. Endlich hab ich die Kisten bekommen. So, jetzt haben wir das, 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 das. Dann, da ist sogar noch ein Apfel drin. Dann sagen wir, wir haben wieder einen weiteren Gold-Apfel. Und nochmal Gold-Erd, das können wir auch mitnehmen. So, ich mach mal kurz ein Thumbler hier. Sieht eigentlich ganz cool aus. Ich mach die mal, ich mach die mal nach der Folge. Beim Schneiden. Ich mach die mal in der Folge. Dann muss ich nicht nochmal auf den Server. Ja. So, aber ich ertränke mich jetzt aus. Ich bin so einfach in der Spinnstelle. Ich kann nicht ausgleichen. Wenn ichiable rausviere, helpe Ich NEVER. Ich kann upright-lasch-keel mehr. Ich bin hier wieder dran. So, dann kann ich nämlich auch schnell eine Spitzhacke verzaubern. Dann flieg ich dann im Stream nochmal los. Und ja, es wird wahrscheinlich nach dem Stream dann keine... Update-Folge geben, sondern erst nach dem Stream danach. so ok also kann ich mir vorher noch ein paar diamanten vielleicht ausleihen von dir ja ist ja auch nicht mal gesagt dass ich jetzt gleich glück krieg auf die spitzhage deswegen werden halt eisen besser erstmal weil das einfach billiger ist wie viel diamanten brauchst du na erstmal drei stück mal gucken was ich drauf krieg wenn ich kein glück kriege vor zauber ich dann einfach weiter eisen so auch vielleicht habe ich ja glück da ist erfolg ich habe ein volk bekommen er hat zufällig habe ich auch ein lapis dabei zum glück das stimmt ich habe ja keine ich habe nicht genug ich brauche noch ein halbes level bekommen den erfolg abenteuerzeit habe ich noch nicht ich hoffe mal dass eisen hier reichen da ein level ansonsten gehe ich einfach mal kurz hoch auf die zu den zombies die spawnen da ja den ganzen tag vielleicht finde ich da kurz was könnte dir auch helfen mit meinem bogen dem hinter hinterstellen und die typen alle mit dem bogen abschließen ja warte ich guck mal was ich zu kriegen krieg und hier babyzombie erst mal die verbrennen ja hier oben auch gar nicht nur das ist ein endermain ja genau wo ändern nein nein endlich komm schon kommen das das nervt mich immer immer wenn ich einmal entschlange das sind die nicht ach du scheiße ich bin nur fast tot na das wird jetzt reichen ich will mir einfach noch kurz das eisen unten raus ich höre doch gerade noch Tiere hol dir doch die level die da rumliegen ja im Moment ich höre doch gerade ein Viecher ähm ja ich war jetzt low deswegen wollte ich jetzt nicht ähm da noch rumlaufen ja ich hab fast alle da weggehoben sooo das scheiß gelettet ich hab immer noch nur vier Herzen so jetzt kann ich reichen komm trotzdem hoch ok mal gucken was ich noch so krieg vielleicht schaffe ich ja noch level 31 aber ich glaub's nicht äh ne das wird mir jetzt hier zu brenzlig ich geh kurz runter und mach das schnell damit ich das noch auf der folge hab jetzt sind doch fast alle weg jetzt sind doch fast alle weg komm 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 nee ich komm jetzt nicht nur mal ähm dann hol ich mir die level ja wie viel hast du jetzt eigentlich ach 10 ach man das ist doch so nett na da kannst du ja auch gebrauchen so ok jetzt aber mal das war nicht wirklich weil ich kann so jetzt bin ich level 19 ja ich hab behutsamkeit gekriegt oh geil ich könnte glück 2 kriegen das braucht nicht behutsamkeit ach Moment behutsamkeit das brauch ich noch auf meine Spitzsacke das wäre richtig cool hm ach stimmt jetzt muss ich ja mit level 26 da muss ich noch ein ach manchmal so so effizienz 3 na toll das hm das ist ja wieder scheiße naja da kann ich es ja erstmal mit behutsamkeit ja da kann ich es auch erstmal so abbauen und später dann mit Glück oh da mach ich mir dann so einen Erzbunker oder so ah gut ähm ich würde sagen das wäre es gewesen von der Folge wir sind am Ende angekommen schaut bei Martin Storms vorbei stimmt ja und ähm ja dann gucken wir mal wie es weiter geht bis später tschüss 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 tschüss